Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin jetzt hier in der Südstadt, wieder in der Nähe vom Rhein gelandet. Es war ein bis jetzt erfolgreicher Tag. Ich habe viele Mercedes, BMWs, Porsches gesehen, Hipsters, Jupsters, Hippies, Juppies. Und man kann sagen, es war schön. Es war schön. Es war sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Es war wunderschön. Es war klasse. Es war in seiner klassischen Ausführung wunderbar. Tja, ich brauche ein Juppie, ein Hipster. Und werde jetzt die Kamera auf die Gerade schwenken, auf der ich jetzt gehen werde. So, danke. Ich bin jetzt in der Nähe meiner zukünftigen Wohnung. Und habe eine gute Aussicht auf die Dinge, die da kommen werden. Dinge sind veranlasst worden, stimmen fröhlich, optimistisch, wohltuend, klar, wunderbar, optimistisch, psychisch, surrealistisch, pseudosurrealistisch, psycho, jubster, hipster, Optimum, Versace, talala. In diesem Sinne, hier, in der Südstadt, nicht weit vom Rhein, der Rido. Das reine Wasser, die Reinigung, ja. Vor mir der Stollwerkhof, links abbiegen zum Stollwerk, ist die Frage. Rechts zum Rhein. Geradeaus auf der Graden. Ich habe momentan nichts mit irgendwem, irgendwas zu tun. Ich sehe ein Hahn. Ein verrücktes Huhn. Weiter im Rausch, im Eskalinrausch. Farben, grell, vier Bier getrunken. Optimum. Nächste Woche um vier Uhr mit zwei Uhr Kölnern verabredet. Kommen zum Jan-Jüdisch-Weg. Kommen zum Jüdisch-Weg. utilise idealen Spiegelrezet. Läh – Musik – Plone für игры. Kommen zum Jüdisch-Weg. Kommen zum Jüdisch-Weg. Vor mir das Stollwerk, das Bollwerk, Stolli, Stolpatsch. Stolle, Stolle, Stolle. Vor mir das berühmte Kölner Stollwerk. Gehe weiter, straight ahead, move on, coming on, to Stolgach, the big house. To the big house, okay, okay, big house. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017